Hallo, vielen herzlichen Dank ebenfalls für die Einladung und die Möglichkeit eigentlich genau da jetzt anzusetzen, wo wir gerade gekommen sind. Ich habe gedacht, ich mache mal was nicht Lineares. Es gibt also jetzt keine Hinführung zu einer smoothen These über drei Beispiele belegt, sondern ich mache es andersrum. Es gibt so ein paar, sagen wir mal, Gedankenkomplexe, die mich beschäftigen vorweg und dann gibt es zwei Projektbeispiele, die unterschiedlich räumlich und überhaupt agieren und dann endet das so im Offenen und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich hoffe, dass das auch eine Inspiration für eine Diskussion sein kann, ohne dass ich das jetzt so versuche wieder zuzuspitzen. So ein bisschen hat das damit zu tun, dass ich, so habe ich auch diese Konferenz beschrieben für mich, das ist so eine Konferenz, die will das Vermischen vermischen und eigentlich im Vermischen was Neues entdecken und insofern freue ich mich da jetzt ein paar Ingredienzien dazuschmeißen zu können. Genau, das geht so ein bisschen los mit ein paar Quotes. Technology is the answer, but what was the question? Cedric Price ist so ein Architekt, der uns immer sehr stark inspiriert hat und dieser Quote ist so ein bisschen aus der Zeit 20. Jahrhundert, also wo man, wo ich aber finde, diese Kultur des 20. Jahrhunderts ist immer noch sehr präsent in vielen Bereichen unseres Lebens, wie wir morgens alle gleichzeitig aufstehen, gleichzeitig zur Arbeit gehen, gleichzeitig die Schule anfängt und so weiter. Also diese ganze Systematik oder auch die Frage nach Effizienz, was ist eigentlich Effizienz, das steckt für mich da so ein bisschen drin und das ist eigentlich immer noch schwierig, das glaube ich so hinter sich zu lassen. Im Gespräch mit Mauricio Corbalan hat er mal gesagt, Public Spaces are Places where people meet and interact. Schwierige Definition. Wir kennen ja Public Space als dieser Raum da draußen, der irgendwie entweder funktioniert oder nicht funktioniert, angenommen ist oder nicht. Wenn wir dieser Definition folgen, sind sozusagen leere Stadträume keine Public Spaces, weil Public Space ist eine Praxis, also es geht nicht ohne, sozusagen das gemeinsame Tun etabliert erst den Public Space. Vorhin aufgeschnappt, die Verbundenheit der Erdverbundenen, ein Stockwerk drunter, ist Bruno Latour nach Martin Prominski. Fand ich sehr inspirierend, also als Denkfigur für diese sozusagen Vermischtheit und auch um dieses lineare Ursache-Effekt-Denken so ein bisschen hinter sich zu lassen und unseren eigenen Platz in der Welt, aber auch in der Stadt anders zu konstruieren, zu verstehen. In dem Sinne bewusst Teil von etwas sein und nicht drauf schauen. Das ist auch ein Zitat, was hier schon kam. Also nicht dieser wissenschaftliche Versuch, wissenschaftlich zu objektivieren und eine Grenze zwischen sich, mir als Körper, als Mensch, als empfindendes Wesen und dem betrachteten Gegenstand da draußen zu ziehen. Alles Wiederholungen. Recht auf Stadt braucht artikulationsfähige Stadtbewohner. Hier kommen wir jetzt schon zu unserem, vorhin war der Baum hier das Thema. Also der Baum, der sagt, ich finde die Miniermonte auch blöd, helft mir. Fände ich total interessant, kann man aber auch auf Menschen übertragen. Also auch, und das ist so, sozusagen, ich komme ja aus der Disziplin Architektur. Ich glaube, in vielen unseren Projekten ist das so ein Anliegen. Also zu sagen, zu vermitteln, Stadt ist etwas, was wir alle ko-kreieren. Stadt ist ein Prozess und kein Ding. Und diese Handlungen, die zwischen uns die ganze Zeit passieren, sind eigentlich das, was Stadt ausmacht. Und dessen muss man sich bewusst werden und man muss sich seiner Handlungsmacht bewusst werden und man muss auch irgendwie vielleicht üben, was man tun kann. Das liegt da so ein bisschen als, genau, das steckt da jetzt drin in diesem Quote. So, jetzt kommen wir ein bisschen zur Politik. Also es gibt ja Formen, auch politisches Denken, wie wir sozusagen das gemeinsame Sein irgendwie vielleicht auch anders machen können, als in dieser Differenzierung zwischen privat und öffentlich. Wir sind es ja gewöhnt, sozusagen gemeinschaftliche Belange eigentlich an die öffentliche, sogenannte öffentliche Hand zu delegieren und zu sagen, die muss sich darum kümmern, dass das, was wir gemeinsam nutzen, brauchen, wollen, wünschen, dass das ordentlich für uns eingerichtet ist. Es gibt aber auch den ganzen Diskurs über das Commoning und die Commons als eine ganz alte menschliche Form eben zusammenleben und zusammen existieren, zu koexistieren, zu organisieren. Nämlich auf einer kleinmaßstäblicheren Ebene. Die Commons waren so ein bisschen in Verruf geraten mit der sogenannten Tragedy of the Commons. Ein Essay von 1833, das sagt, das nämlich auch ähnlich, wie es vorhin gesagt wurde, sozialdarwinistische Prinzipien den Menschen unterstellt und sagt, wenn der Mensch ein Schaf mehr auf die gemeinsame Wiese schicken kann, wird er das immer tun, weil er immer seinen eigenen Vorteil vor dem Vorteil der Gemeinschaft sehen würde oder sucht. Sehr einflussreich geworden, nochmal in einem Zitat in den 60er Jahren. Und es gibt jetzt aber eigentlich auch neuere Untersuchungen, dass diese Tragedy of the Commons eigentlich Quatsch ist. Also dass viele Menschen auf der Welt ganz anders leben. Nämlich auch viel mehr so, wie das vorhin für Pflanzen und Tiere beschrieben wurde. Nämlich eigentlich im Prinzip intrinsisch daran interessiert, ein Gemeinwesen herzustellen, was funktioniert und wovon alle profitieren. Stavos Travridis ist da für uns ganz inspirierend. Der von Commoning spricht, also auch Commons nicht als eine Art System, sondern Commoning als eine Form von Praxis. Und eigentlich immer so drei Fragen hat. Die Ownership lässt sich schwer übersetzen. Das ist nicht Besitz und Eigentum, sondern auch sich zu etwas zugehörig zu fühlen. Da ist Verantwortung, aber auch sozusagen Benefit mit drin. Die Frage nach den Entscheidungsstrukturen. Also wie wird in Bezug auf diese gemeinsame Ressource, wenn es so etwas ist, wie wird da entschieden? Und dass diese Entscheidungsstrukturen eigentlich immer offen sind. Oström beschreibt, die kommt gleich noch, hat so ein paar Prinzipien herauskondensiert, wie die Commons eigentlich funktionieren, weltweit. Und sie beschreibt immer die Commons als eine abgegrenzte Ressource, die von einer abgegrenzten Gruppe von Menschen bewirtschaftet und betrieben wird. Da ist natürlich die politische Frage, wie kann man so ein System offen halten? Also wie kann man Zugang zu solchen abgegrenzten Systemen weiterhin aufrechterhalten, so dass wir nicht in lauter kleinen sozusagen Mikro-Communities landen, die die Zäune hochziehen und dann nichts mehr miteinander zu tun haben. Finde ich super spannend. Und wir haben vor Ort in Athen Anna Giulia de la Pupa getroffen, in dem Navarino Park, den ich gleich zeige, die uns mitgegeben hat den fantastischen Satz, hier geht es darum, um ein Taking Care of the Dynamics of a Place, was für mich als Designer erstmal ein Schock ist. Weil es geht hier gar nicht darum, Taking Care of a Place, da würde ich schon sagen, das ist ja mehr, it's not designing the place and running away, it's not building the place and making it nice, aber es ist Taking Care, das heißt, ich muss mich irgendwie auch noch emotional investieren und das nicht nur gut machen. Das fordert schon von mir viel mehr, aber dann soll ich mich auch nicht nur um den Ort kümmern, sondern ich soll mich eigentlich um die Dynamik kümmern und mich da rein investieren. Und Ihre These ganz kurz ist, wenn die Dynamik an einem Ort stimmt, dann ist auch der Ort toll. Als Beispiel gibt es hier den Navarino Park in Athen, das ist ja wahrscheinlich ein ziemlich bekanntes Beispiel. Es gab diesen Parkplatz vor zehn Jahren, das war das jetzt glaube ich etwa im Stadtteil Exarchia, der dann in einer Nachbarschaftsaktion in einen Park umgewandelt wurde. und hier sieht man einfach so Bilder relativ, und das wird als Beispiel genannt, und hier sieht man jemanden, der die Pflanzen gießt, für ein quasi unorganisiertes Gemeinwesen, das sich um einen Ort kümmert und das erfolgreich tut. Also es gibt keine Arbeitsteilung, du bist morgen dran mit Pflanzen gießen und dann du und dann du, sondern es gibt irgendwie sowas Diffuses wie die Assembly of the Park Neighbors, also so eine Art Versammlung. Und es gibt sowas wie Ownership, also das ist mein Park, auch genauso wie deiner und deiner und deiner. Und es gibt aus diesem Ownership resultierend die, sagen wir mal, so eine allgemeine Bereitschaft, dass wenn man da durchgeht und sieht, da ist was zu tun, dass man da so ein bisschen was macht. und wird gerne als Beispiel genannt, eben dass diese Form von gemeinschaftlichem Betrieb von solchen Orten, dass das auch funktionieren kann. Und ich fand das, also als wir da waren, kam dieser Herr und hat halt eben die Pflanzen gegossen und der ist nicht von der Gemeinde bezahlt. Also die Gemeinde kümmert sich um nichts und das Ding ist jetzt zehn Jahre alt und sieht ganz toll aus. Hier Eleonor Oström, die hatte ich ja schon erwähnt, hat einen Nobelpreis in Ökonomie gewonnen dafür oder erhalten, dafür, dass sie die Commons nochmal neu angeguckt hat und eigentlich diese acht Prinzipien, sie ist Ökonomin, also es ist insofern auch eine ökonomische Sicht, diese acht Prinzipien herauskristallisiert hat, die kann man sich jetzt alle durchlesen, aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich diese Frage von, dass es Gruppen sind, die begrenzt sind, dass es Ressourcen sind, die begrenzt und beschreibbar sind, dass die Gruppe sich selbst die Regeln setzt, dass jeder an diesem Regelwerk beteiligt ist, dass die Regeln immer auch geändert werden können und angepasst werden können und dass es immer transparent ist, was da passiert. Sie spricht auch von einem skalierbaren Bestrafungssystem für diejenigen, die die Regeln nicht einhalten. Das gibt sie uns mit. Das lassen wir uns mal im Hinterkopf. Jetzt kommen wir zur Open Raumlabor University. Open Raumlabor University ist eigentlich so eine Erfindung von vor ein paar Jahren, wo wir gedacht haben, wir agieren ja irgendwie so übergreifend dazwischen. Wir kommen aus der Architektur, machen viele Projekte im öffentlichen Raum. Die Finanzierung dafür finden wir meistens in der Kunst. Wir reden aber über Themen, die jetzt durchaus irgendwie mit Stadt und Zusammenleben zu tun haben, unter anderem, also nicht nur. Und wir produzieren eigentlich in der Regel keine materiellen Werte, die man jetzt verkaufen kann. Also da kommt nachher kein Gebäude raus, was an dem Spekulationsmarkt teilnimmt oder es kommen auch keine Skulpturen oder Gemälde raus, die in einem anderen Kunstmarkt existieren. Das heißt, wir produzieren irgendwas anderes. Vielleicht Interpretation, Bedeutung, Testfelder. Vielleicht aber auch Bildung, Lernen. Und daher kam so die Idee, vielleicht können wir uns als Büro beschreiben. Das haben wir jetzt sehr lange gemacht. Aber vielleicht sind wir auch eine Universität. Also vielleicht ist ja das, wenn man so bei uns mitmacht, auch eine Form von Universität. Und dann haben wir gleich, das hat uns gleich irgendwie beflügelt, da richtig weiterzugehen und nicht nur zu sagen, gut, das ist jetzt das, was wir sowieso schon machen als Projekt, ist quasi, könnte Curriculum sein, sondern was, wenn wir das jetzt irgendwie noch skalieren und ein bisschen weiterdenken und an diesen Universitätsgedanken jetzt nochmal andere Leute teilhaben lassen. Und da kommen jetzt zwei Projektpräsentationen, die Open Raumlabor University präsentiert, die Floating University. Da habe ich mal so aufgeschrieben, wie das Ding entstanden ist. Erst gab es den Ort, dann gab es die Idee, okay, an diesem Ort machen wir vielleicht das. Dann haben wir uns gefragt, ja, wenn das jetzt der Ort, wie kriegen wir Ort und Idee, was wir da machen eigentlich zusammen? Also Merging Place and Program. Dann muss man natürlich einen Ort auch gestalten, entwerfen. Dann muss man aber auch die Prozesse entwerfen, um diese Räume herzustellen. Und es geht dann, wenn man das dann hat, dann haben wir sozusagen die Prozesse, wir sind am Raum machen, wir haben den Raum. Dann muss man natürlich auch sich überlegen, also diese Universität hier, die hat natürlich ihre Abläufe lange eingespielt und eingeübt. Gremien, die darüber befinden. Jetzt, wenn wir eine neue Universität im Offshore machen, dann können wir das alles neu erfinden. Wie machen wir das? Also wir erfinden unsere eigene Protokolle, das ist auch so ein Begriff, den finde ich immer sehr reizend. Und mit diesen Protokollen designen und entwickeln wir eigentlich sozusagen auch unser gemeinsames Tun. Also was machen wir eigentlich zusammen und wie funktioniert das? So, jetzt wird es konkret. Also wir sehen hier Berlin in einer alten Karte und dieses blaue Dings da ist der Flughafen Tempelhof und oben drüber ist so ein kleiner blauer Bubbel. Der ist jetzt hier auch nochmal blau, da oben. Das sind so Luftfahrkarten. Also die Perspektive der Flieger auf die Stadt. Der Flughafen ist jetzt ein Park und dieser blaue Bubbel ist das Regenwasserrückhaltebecken, wo das Regenwasser, was jetzt hier in diesen ganzen grauen Bereichen so gesammelt wird, erst mal so zwischengelagert wird, um es dann in den Landwehrkanal zu entlassen. Also es ist ein Stück sozusagen brachiale Infrastruktur. Hier sieht man das nochmal von oben. Also das ist in Wirklichkeit gar nicht blau, sondern so grau, weil natürlich meistens gar kein Wasser drin ist, wenn es nicht gerade geregnet hat. Die Floating University ist eine, ah ja genau, hier sieht man das nochmal, diese Infrastruktur, also obwohl das sehr natürlich aussieht, wir haben ja die Natur und so, also das ist ein fantastisches Anthropozän-Bild, weil es hat so diese, die Menschenwirkung ist überall drin. ist das eigentlich ein offener Kanal, den wir da immer besiedeln. Das ist die Fantasie. Hier oben sieht man den Zugang. Wir haben ja dann einen großen Niveauunterschied, kommen runter. Etwas unterhalb ist eine kleine, quasi so rechteckig quadratische Architektur, die ist geliehen. Die kommt von dem Atelier Baubau aus der Ausstellung, die Wohnungsfrage als 1 zu 1 Modell, hier als dritte Anwendung. Zuerst war es im Museum, ein sozusagen begehbares Museumsstück. Als zweites war es im Flughafen Tempelhof ein 3D-Kinderspielplatz für die Geflüchtetenunterkunft und jetzt ist es hier eigentlich so eine Art Infrastruktur für die Floating University. Die Floating University, hier vorne ist das, was ich immer so als Traumschloss bezeichne, weil das wirklich räumlich extrem liebevoll und charmant gestaltet worden ist für meinen Kollegen. Da muss ich mich gar nicht, also ich kann mich da ruhig ausschließen. Das ist das Tolle an so einem Gruppenwesen. Ich bin jetzt nicht Autor und kann es trotzdem lieben. Also man sieht hier, dass die Toiletten, hier haben wir so Steganlagen und das Wasser geht immer so rauf und runter, je nachdem wie es so regnet. Diesen Sommer war es sehr trocken, dadurch war es natürlich insgesamt trocken. Das hier ist das Auditorium mit einem schwimmenden Boden. Das ist so die Terrasse, hier drin ist die Küche, da drin ist die Bar und hier oben gibt es so ein Wasser, Regenwassersammeldach. Und so diese Auseinandersetzung mit der Thematik, wo ist man eigentlich, war da natürlich wichtig. Summe da jetzt mal so rein. Also das ist dieses dreckige Oberflächenwasser, was da so vor sich hin steht. Es gibt wahnsinnig viele Tiere, also es gibt Irse, wir haben es auch mal Schwalbo-Drom genannt oder es gibt natürlich auch Mücken. Es gab mal eine Überschwemmung, da wurde dann ein Blutegel gefunden, wo dann jemand meinte, Mensch, aber Blutegel sind doch ein Zeichen dafür, dass das Wasser eigentlich eine extrem gute Qualität hat. Es gab ein künstlerisches Projekt als Teil dieses Projektes, was sich mit verschiedenen Wasserfiltertechniken beschäftigt hat. und es gab dann so Badewannen, Kaskaden, ein riesiges Rad, was das Wasser nach oben bringt, dieses etwas eklige Wasser aus dem Tümpel und ja quasi durch so eine Filterkaskade durchlässt. Es gab dann auch mal die technische Messung, es gibt so einen Schilfgürtel, der sich da irgendwie angesiedelt hat, dass der eigentlich relativ viel effizienter das Wasser filtert als unser eigenes Filtersystem. Aber das ist ja auch eine interessante Auskunft. Das heißt nur, also wir haben das jetzt nicht wissenschaftlich angegangen, streng wissenschaftlich, so wie kann man aus diesem Wasser irgendwas anderes machen, sondern wir haben es eher so empirisch angegangen, wir nehmen jetzt mal den Filter, den wir da gesehen haben und den Filter, den wir da gesehen haben, lassen das dann mal durchlaufen und gucken, was da passiert. Was jetzt visuell im Hintergrund lief, ist eigentlich so ein Überblick über die verschiedenen Handlungsformen, die es da am Ort gibt. Wir haben das zusammen mit Studierenden gebaut, also sozusagen das Herstellen dieses Raums war auch schon ein offener Prozess. Wir haben dann, dann waren 20 Universitäten vor Ort, die mit ihren eigenen Programmen, Ideen, Workshops, Fragestellungen kommen und gehen und sozusagen am Ort präsent sind und dann wieder verschwinden. Ich selber war mit meiner Studierendengruppe das ganze Semester da, Vorteil, dass ich jetzt selber in Berlin lehre und wir deshalb einfach mit dem Fahrrad da hinfahren konnten und wir haben gesagt, uns interessiert eigentlich dieser kontinuierliche Blick und auch wiederum so eine Schnittstelle herzustellen zwischen den Gruppen, die dann immer so kommen und ihr Programm mitbringen schon im informellen Bereich, indem wir uns Stammtische genannt, wo die Studierenden dann das abends kochen und alle einladen, also wieder Thema Taking Care of the Dynamics of the Place, sozusagen als Gastgeber agieren, Momente des Wissenstransfers schaffen und auch so eine Art Herzlichkeit in diesen Ort mit reinbringen. Das Ganze dann noch mit Essen, was vom Bioladen weggeschmissen wird, und also auch mit so einer gewissen Aufmerksamkeit auf unsere Ressourcenkreisläufe. Wir haben dann auch noch, genau, das ist quasi die Provokation aus der anderen, aus ästhetischer Sicht, bin ich sehr froh, werden TAK eingeladen aus Barcelona, die mit einer ganz anderen Ästhetik arbeiten, und ich fand das interessant, dieses sozusagen eher das Weiche und das so ein bisschen Suggestive auch an diesem Ort zu haben, zumal das dann eben mit all diesen Materialien arbeitet, die in unseren Bauprozessen ständig verwendet werden, aber die, also aus denen unsere Städte bestehen, die wir aber, wenn wir sie anfassen, ganz eklig finden, wie so Bauschaum, Plastik, irgendwie so Zeug, die jetzt also sozusagen überhaupt nicht positiv aufgeladen sind, aber daraus dann so einen poetischen Ort, des sich gemeinsam Fallenlassens herzustellen, fand ich einen schönen Widerspruch. Genau. Es gab auch eine Bibliothek und das hier sind Bilder vom Workshop, wo wir den Text, sozusagen die Selbstbeschreibung der Open Raum Labo University gemeinsam nochmal durchgegangen sind. So. Ausblick. Ich gehe jetzt vielleicht noch kurz in die Urban School. Bei der Urban School ist vielleicht ein Argument wichtig, wir haben die auch als so eine erfundene Institution erfunden und behauptet, das ist jetzt eine School und die gibt es jetzt und das ist die School of Citymaking, die heißt Urban School und die gibt es im Ruhrgebiet, weil das Ruhrgebiet ist eine Gegend in Transformation, wo die Haupterzählung ist, wir sind keine Industrieregion mehr, sondern wir sind jetzt eine Kulturregion und wie das geht, weiß keiner so richtig, aber entsprechend wird natürlich politisch agiert und wir haben gedacht, gut, nicht nur das Ruhrgebiet ist in Transformation, sondern auch viele andere Städte und es gibt viele spannende Akteure, die auf diesem Gebiet arbeiten und wir organisieren als Schule erstmal Exkursionen nach Paris, Marseille, Athen und Liverpool und verbinden uns mit solchen Praxen. Hier sieht man uns in Marseille auf dem Dach von Herrn Corbusier und hier sieht man uns in Liverpool bei Homebaked, ein Projekt, was Jean van Heeswig als Künstlerin mit angestoßen hat und was sich sehr, sehr, sehr präzise in, sagen wir mal, die urbane Transformation, die neoliberale Transformation von Stadt einklingt. Also das ist gefühlt jetzt zu weit, das zu beschreiben. Wo man aber auf der, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man halt als Urban School das nicht theoretisch sozusagen rezipiert, sondern dass man sich in den Kontext hineinbewegt und dann damit sozusagen ganz lokale Akteure auf der einen Seite mit ganz lokalen Akteuren auf der anderen Seite zusammenbringt. Das ist auch so ein Versuch, ich habe vorhin schon gesagt in der Pause, es gibt dann ganz viele Bilder von Menschen, die irgendwas machen. Die habt ihr jetzt gesehen. Und das hier ist so ein Versuch, das auch mal zu kartieren. Wo wird jetzt da gekocht und wer ist dann da wo und was machen die alle? Genau. Das ist auch die Frage der Selbstrepräsentation, damit haben wir so ein bisschen gespielt. Also wir haben uns jetzt hier mal so eine Europakarte vorgenommen und so ein paar Punkte gesetzt, wo die Urban School überall schon war. Oder dann haben wir gedacht, na Mist, jetzt sind wir wieder dieser Mercator-Projektion aufgelaufen, wo die ganze Welt verzerrt ist und Skandinavien viel zu groß und Afrika viel zu klein. Das sieht man hier so ein bisschen. Stimmt doch alles nicht. Müssen wir uns doch noch mal andere Repräsentationsformen von Welt, wie hier diese von Buckminster Fuller, die die Maxion Map vornehmen. Einfach um sozusagen unseren Blick auf dieses Dings, auf dem wir leben, ein bisschen zu üben. Dann die Frage, what is the classroom, das zeige ich ja nicht, aber so ein bisschen die Stadt, wenn wir gesagt haben, die Stadt ist das Klassenzimmer. Wir bauen jetzt nicht so ein tolles Traumschloss, sondern wir reisen und wir suchen uns in der Stadt Orte, die besiedelbar sind, die eben so eine Öffnung haben. Das eine war hier in so einem Ladengeschäft, das andere war, genau, hier sieht man ein diskursives Dinner und dann haben wir natürlich so unser Equipment, was wir mitnehmen können, wo wir sagen, das ist dann, wenn man die Klasse auf diesem Parkdeck in Hattingen stattfinden lassen will, dann gehört es sozusagen zum Kurs, also wenn wir das jetzt machen würden, diesen Raum selbst herzustellen und nachher wieder abzubauen. Also sozusagen diese Praxis des Erscheinens der Schule gehört zum Schulprogramm. Hier sieht man, ja, genau. So, das sind jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee bei der Urban School. Interessant ist noch die Frage, wie kommt die Schule zu ihren Teilnehmenden und da ist unsere Erfahrung, ist das Internet sehr hilfreich, also dass tatsächlich solche, einfach sozusagen die Glaubwürdigkeit des Mediums so weit gewachsen ist, dass Leute Flugtickets aus Norwegen buchen, um da hinzukommen, auch wenn die Schule vorher noch gar nicht existiert hat, weil man einfach checkt, sozusagen im relationalen Sinn, wer macht das, womit ist das verbunden, wer kommt noch und weil man das in diesen Medien alles sehr gut lesen kann, ist das tatsächlich eine Möglichkeit mit sowas aus dem Nichts eigentlich relativ schnell zu starten. Hier sieht man jetzt noch die Als-Ob-Installation von Valentina Kager draußen in der Fußgängerzone, eine beheizbare Bank als Vorschlag für besseres öffentliches Möbel. Genau, wir haben jetzt also im Rückblick das Commoning als Frage, den Navarino Park als total tolles Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Die Floating University als so ein Traumschloss in so einem städtischen, fantastischen Ort, wo alle möglichen Aktionen geplant und ungeplant eigentlich zusammenkommen. Ich würde mal sagen, das ist so die Qualität, dass mehr passiert, als man reinsteckt und die Urban School als so eine Suchbewegung, die Menschen in ihren Transformationsfragen auch da aufzusuchen, wo es halt nicht so schön ist in der Fußgängerzone, wo es leer ist und das aber aufzuladen als ein Ort, wo man über die Zukunft redet. Vielleicht, vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.